Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch Elie Ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube Ich finde es auch gut, dass Matze das Scherichs genannt hat Das ist der erste Weg zur Besserung, mein Freund Einsicht Das ist der Beweis, dass er da schlecht ist, glaube ich Du bist ruhig, Eldos Ich sag ehrlich, Matze, du bist fatal Nein, nein Seit letzter Woche, ich sag, also völlig unvoreingenommen, okay Ich sage, Eldos ist schlechter als Matze Weil Eldos schon länger spielt, Bro Das ist das Geisteskrank, was du teilweise aussahst Er spielt seit drei Jahren, ja Eldos sagt seit drei Jahren Blubblubtast Wenn er nicht im Poster ist, dann läuft er einfach durch die Gegend und labert Scheiße Äh, Eldos, da warst du Jungs, das klingt komisch Aber ich hab vergeben Ja, ein Blubblubtast Ach man, verfickte Crewmate, scheiße, schon wieder Die letzten Crewmate-Runden waren geil, weil ich da einen aufgespielt habe Ich hab nämlich ein neues Strat Ich suche mir einen Kumpel aus Für die Runde ist es, oh, der Schlagerstar, Kalle Nein, 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 obwohl, warte Äh, Willi Mit Willi laufe ich rum Wer ist mein Kumpel? Ich bin ne Partysau Schalalalalala Security Ich geh aufs Ganze Oh, ich hab's grad gesehen Digger, wie schlecht sind die Imposter Ja, Geistkrankt Red, body, korai, rechts unten Wo? Willi, wer? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, glaub ich Ich hab ihn Ey, pack mich nicht ab, Digger Ey, Digger Ich geh in Navigation rein, da ist nichts Auf einmal mal spontan irgendwo Willi Wo, wo ist, wo war Korai, wo war Korai? Digger, Kalle, ich sag dir das, ich sag dir das im Gulten In dem Gang, Kalle Der ist dann frisch, weil ich bin auch da grad lang gelaufen Ich glaub, Willi hat den Korai da getötet und ist zu Navigation gewendet Also, ich hab ne Frage an Matthias, ich war in den Camps Ja, Bro Wo befinden sie sich? Admin Aber du warst doch in, äh, fucking Navigation, Bro Äh, Navigation war ich nicht, also ich glaub, du verwirrst mich da Ich glaub, du verwirrst dich da Du verwirrst dich da Ich war, ich war, also ich war nicht in Navigation, Bro Digger, ich guck, da ist nix, lights war aus Auf einmal bist du da im Raum, ich guck Digger, Kalle, halt small, okay Galle, Galle Also, ich hab Willi auch in Navigation gesehen, Bro Ja, und du hast nur noch keine Ahnung Das hab ich gesehen, Mo Ich bin's nicht, Digger Sehr schön, Jungs Sehr schön, Jungs Aber wenn man lights aus ist, ist das auch schwierig Ich muss sagen, das lights aus waren Also, ich sage, ich habe Shierix in Navigation gesehen, glaub ich Nein, Bro Mach einfach eure Tasks jetzt, wir haben gute Runden Gute Runden, so, Tasks, die können gar nicht gewinnen Jetzt werde ich nämlich meine Tasks machen Zack, ich werde jetzt hier wieder einen aufspielen Ich sag ehrlich, ich hab mich damit abgefunden, dass ich nicht mehr Imposter bin Es ist okay, immer wenn ich Imposter bin, hole ich die Wins Wenn ich keine Imposter bin, dann bin ich halt ein guter Crewmate Digger, Abo kann übertrieben gut Schauspielern, hatte ich das Gefühl Wie der geredet hat und wie er so geschrien hat und so Ähm, Mo, kannst du dich dran erinnern, wo, wer war? Ja Ich hab die leichte Storage gefunden Und ich hab noch kurz nach rechts geschaut und in Communication steht Bucher Ja, ich habe gerade den Download-Task gemacht Also, sag's jetzt schonmal, wir sind sieben, wir wählen nicht raus Ist Bucher von wo bist du denn gekommen? Oh, ey Von wo ich gekommen bin, ich bin von Storage gekommen Und Storage ist vielleicht frisch sein links Ich war die ganze Zeit links Also, er muss sehr frisch sein, also ich bin runtergelaufen und da war noch nichts Ich weiß ja nicht, wo genau es liegt, aber wenn du sagst, man muss sich sehen, dann Ich hab auch nichts gesehen Eli is safe, ich hab Eli beobachtet, er hat seinen Task gemacht und ist nicht dämlich rumgelaufen Danke, Bro Den ich sehr, 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 sehr komisch finde, ist Mo Auber Also, ich hab hier drei Calls Fast, krass Ich hab drei Calls, wer war gerade? Admin, Security, wenn ich? Ich, ich, ich Kale, wir waren zu dritt Kale, ich und? Und Willy war da Ich, ich war in den Camps So, keiner von uns hat diesen Kill gemacht, es bleibt hier noch übrig Eldos, Burra, Mo, Scherex Ich war die ganze Zeit Admin, bis jetzt Mein Arsch, ich hab einen Arscher Ich hab einen Arscher und das ist am rumkribbeln Und irgendwie jedes Mal, wenn ich Scherex lese, dann, 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 dann Eli, bitte Ich meine, dass ich dich in fucking Navigation in der ersten Runde gesehen hab Hast du nicht Also gar, aber ich war, ich war nicht einmal Navigation in der ersten Runde Vielleicht war das auch Reapers Alter, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Security, Bro Security, Bro Security, Bro Eine Kamera Ey, ich schwör's euch, das klingt blöd, ne? Ich bin blöd, wir skippen eh, aber bitte achte mal auf Kale, Eli, bitte Okay, achte auf mich, Bro Sagst du, Kale ist es, oder was? Nee, ich sag achte mal auf ihn und danach gib mir ein Feedback Ich glaub nicht, dass Kale den Kill gemacht hat Ja, es geht nicht um die Runde, es geht nicht um die Runde Nee, nach der ersten Runde bist du es für mich Ach der, das ist hier schon wieder eine Wirth-Runde, Chat Ich dachte, heute ist Qualität drin, ne? Es ist nicht, es ist schon wieder nur Scheiße drin, ne? Ich dachte, hier ist ein bisschen Qualität drin, ne? Aber wir haben eigentlich gute Die werden halt jetzt Leute killen, ne? 4 Tasks Ja, irgendwie kann's jeder sein Gerade war Kale und Willi haben diesen Kill mit Save nicht gemacht, gerade eben Eldos ist tot, Mika ist tot Ne, ne, Eldos lebt noch, Eldos lebt noch Ach, Eldos wird immer nie gekillt, Digga, weil er so der Wirt ist als fucking mate Die lassen ihn immer alle am Leben So, wir müssen alle rüber, Eldos Seine Blub-Blub-Tast, guck mal, seine Blub-Blub-Tast Ich werde ihn gleich fragen, was er gemacht hat, dann würde er sagen, seine Blub-Blub-Tast Der Bastard Boah, hier sind alle Wir werden mit Tars gewinnen So, ich hab alle meine Tars fertig Ich bin fertig, okay, und jetzt kann ich meinen Stift rausholen Hier liegt nirgendwo eine Leiche Kale, 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 Lichter aus Kale, Lichter aus Was geht ab? Nein Scherix, Mo, es leben noch alle Oh mein Gott Okay, ich hab ihn Ich glaube, ich hab ihn Ich glaube, ich hab ihn Hä, Willi, was nicht? Willi, was nicht? Willi, willst du zuerst sagen? Du musst mir nur, ganz kurz, Eldos, sag mir, wo die Leiche ist Okay, wo er hat Genau in Camps Willi lag in Camps Also ich wusste das einer Das, ja Weil Nights sind immer aus Und dann versucht er die ganze Zeit Okay, okay Ich hab jeden gesehen Außer nicht Eli, diese Runde, ne? Jeden Hä? Digga, wir waren doch alle da Außer Kale Ich war die ganze Zeit bei Mo Ich hab Redeball Ich hab Redeball Ich hab Redeball Also Matze Und Mo Ihr wart beide Grade In Admin, ne? Ich war auch die ganze Zeit da Ich stand die ganze Zeit am Table, Bro Ja, das stimmt auch Das stimmt auch Ich war auch sehr lange bei denen Kale ist mir entgegenkommen in Storage Wird ich erst nach links gelaufen Er ist Richtung Elektriker gelaufen Eli, wo warst du denn jetzt? Er muss gleich Wie heißt nicht Jello? Es ist noch unter Jello Es muss Jello sein Ja, okay Okay, Jungs, wenn er so redet Kale, du bist echt ein schlechter Imposter Also ich sag euch ganz genau, was ich gemacht hab Ich hab Weapons meine Tasks gemacht Eldos hat seine verfickte Blub-Blub-Tast in Reactor gemacht Ja, da waren wir zusammen Und Willi war in Camps Dann ging O2 an O2 Dann haben die anderen das in O2 gemacht Egal Ich bin nach unten gelaufen Und später ist mir Kale entgegengelaufen Wenn es Kale nicht ist, hebe ich die Schere nach Es ist entweder Eldos oder Jello 100% Ich übernehme Verantwortung Nein, nein, nein Mo, ich wähl mal Mo, Bucha und Scherix Wir waren die ganze Zeit in der Mitte zusammen Irgendeiner hat gefehlt aber Irgendeiner hat gefehlt aber Okay, Eldos Noch 20 Sekunden Wenn du Geld verlieren möchtest Dann wähl nicht Kale Wenn du Geld nicht verlieren möchtest Ja genau Wähl nicht mich Wähl Kale Wähl Kale Ich hab noch ne Frage an Scherix Wen hast du gewählt? Ich hab Kale gewählt Was? Dann ist es Scherix und Jello Was soll ich euch erzählen? Bro, du bist ja da unten gelaufen, Bro Ja, wir müssen ja gar nicht weg Ich hab die Lichter Oh Mann Yes, hier verliegt Mo, da was, dass du dich hier so rumgeeiert hast Du und Bucha Einer von euch beiden ist der zweite Fickt euch Äh, es muss Kale gewesen sein Dass er dann auf mich geht Hä, wie random Dass sie da so rumeiern Was macht ein Scherix, Digga? Er läuft einfach weg Er läuft, äh, 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 ich weiß nicht Oh, du witzig, ich kann das mit Matze nicht Ernst, er rennt einfach, er rennt einfach weg Eli, helft sie Ich bin der best Dang, Hello Eller, wir wargen wir beide Nullaufschirmen O mein Gott Er ist einfach dance gegangen und hat mich weggenommen Äh, ja Hat blablabla Das Problem war Kalle, er war die ganze Zeit bei mir, aber Kalle ist nach links gelaufen zu Elektrik. Bro, ich hab die Lichter ausgemacht. Ich hätte sonst eh die gewählt. Ja, ich auch. Ja, Chat, passiert halt mal, was soll ich euch sagen, so ist es halt. Fehler passieren, weitermachen. Haben die wirklich gut gespielt. Ich will nicht gekillt werden. Ich bin halt immer wieder auf der, ich bin Start-Fan Nummer 1. Oh nein. Oh nein. Lol, Alter, ich hab was. Darf ich schätzen, Elektrik, er ist vor dir in den Wend gesprungen. Nein, nein. Wer, 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 wer. Mein Bruderherz, Willi, Willi, Willi. Einfach jetzt Kalle und Reapers raus. Ja? Geil, geil. Ja, ich hab gedacht, du wolltest das nicht gut gehen. Kalle, Kalle. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Ist das respektlich. Also, dann geht's schon so. Ja, dann habt ihr euch schon. Ich hab gedacht, du wolltest das nicht gut gehen. Ich will nie wieder ein Monster sein, Digga. Die Stadt steht die ganze Zeit bei ihm und sagt, mach so Signale. Ey, 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 ey. Komm, komm, Doppelkill, komm. Ich so, Bruder. Ja, komm, lass machen. Ja, komm, lass machen. Ohne Witz hättest du die Leiche gefunden, du hättest wahrscheinlich wieder irgendwas verrücktes gesagt. Nein, 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 nein. Wenn du das gefunden hättest, dass man es hier so souverän sagt, hör mal zu, das ist ein Win, das sind die beiden fertig. Du hättest wieder rumgestottert. Ja. Ach, Jungs, wirklich. Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ich kann es nicht mehr. Und dann werde ich auch immer sofort gekillt, weil sie mich alle auf dem Schirm haben. Ich fühl mich gar nicht mehr sicher. Ich will nur leben. Boah. Okay, ich kann echt viele rausnehmen. So, sagen wir mal, die Leiche ist gerade, Mika. O2. Neben den Blättern da. Okay, jetzt bin ich ververs. Diesen Kill hat auf jeden Fall nicht Mo gemacht. Also, Mo hat den Kill nicht gemacht. Weepers kamen von unten und Buch aber auch in Admin. Also, diesen Kill können gemacht haben. Und ich sag jetzt die Namen. Korai. Nein. Mo. Du sagst nein, Sherix. Hat Korai den Gesicht überwiesen? Korai und Eldos sind Security. Wir sind ganz links. Okay, dann wird es einfacher. Dann hat diesen Kill wahrscheinlich gemacht. Äh, Willi oder Eldos. Eldos ist doch links. Er ist links links. Okay. Eldos oder Self Report. Ne, warte mal. Nicht Eldos. Willi oder Self Report. Oder einer kam in Admin dazu. Bucher. Willi. Oder, äh, Self Report. Hä, was? Willi? Willi? Willi. 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 Ich war auf Toilette. Ja, du warst auf Toilette, Bro. Guckt euch die Wichse an. Ich save Willi. Guckt euch die Wichse an. Diesen Kill hat auf jeden Fall nicht Mo gemacht. Das kann ich sagen. Guckt den Willi an. Die waren in den letzten 10 Sekunden bei mir. Ja, in den letzten 10 Sekunden. Digga. Wirklich, ich kann das mit den ganzen Leuten hier nicht mehr. Jungs, 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 Jungs. Ich bin zurück. Ich hab wirklich Willi Talk nur mein Essen geholt. Ihr könnt im Stream schauen bei mir. Ja, nice, nice. Okay, Leute. Ich mach kurz Willis Stream an. Ich mach kurz Willis Stream an. Ich hab Angst vor Bura und ich hab Angst vor Mika. Wenn Willi AFK die ganze Runde war, dann hat Willi den Kill auch nicht gemacht. Da gibt's gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich könnte einen absoluten Spice Call machen. Aber ich lass das mal. Ich lass es. Ich hab einen absoluten Spice Call. Koray, Eldos, Sherix. Links. Aber die können da hingelaufen sein. Reapers, Bura. Gewandet. RIP gleiche? Mad Bay. Ich war da gerade. Eldos kommt gerade auch raus Richtung Mad Bay. Das stimmt. Mika, Mika, Mika kommt gerade aus der Electrical. Ja, ich komm aus der Electrical raus. Jungs, ihr sieht kacke aus. Aber Eli kommt halt jetzt vor drei Sekunden da raus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Warte mal. Willi, warst du nicht Camps? Warte, Willi war doch Camps. Ich hab nur gesehen, wie Eli in Mad Bay rein rausgegangen ist. Mehr kann ich halt. Cool. Aber ganz kurz. Ich will ganz kurz noch sagen. Mika war erst nur eventuell als Self-Report und dann kam gerade aus der Electrical. Kann auch ein Benz sein. Ey, ich muss retalk was nur sagen. Ich bin nicht richtig da, weil ich fresse. Denkst du, ich mach einen Kill und lauf dann einfach aus Cafeteria raus? Denkst du das? Ja, ich wär dumm. Es ist schwer. Willi ist schwer. Ich kauf Willi ab, dass er ganze Zeit AFK ist. Ich kauf Mo auch ab, dass er in der ersten Runde AFK war. Du hast ihn schon gesehen. Ja, das weiß ich. Mo hat den Kill auf jeden Fall nicht gemacht, den ersten. Eldos, Sherex und Koray waren links. Dein Ersten war auch und er ist nicht. Also ich sag's jetzt, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin mir zu 100% sicher, dass von Bura, Reapers und Mika mindestens einer davon Imposter ist. Und die Aussage müsst ihr jetzt später mitnehmen. Derjenige ist dahin gewendet, hat ihn gekillt, ist zurück gewendet. Aber Mo, du hättest ja auch ein theoretisches Self-Report. Bura, Weapers, Mika, einer von 30 ist 100%. Ich war am Atem-Tail, ich bin's nicht. Ja, einer von 30 ist. Den Kill, der muss frisch gewesen sein. Mo könnte Self-Report sein. Willi vertraue ich. Digga, was? Boah, zwei raus. Die Leiche, die ich gefunden habe, ist Cafeteria. Ja, so. Ey Jungs, ich vertraue wirklich Eli. Ich vertraue Eli, ich vertraue Mika, ich vertraue Bucha. Die einzigen beiden, die ich nicht vertraue, sind Eldos und Willy. Das ist voll der Quatsch, Cole. Das Ding ist so, ich hätt' dich in den Lenk geklärt, die dich schon wegmachen können. Junge, Mo, du warst ein Verstand lang, Digga, Mo. Du warst ne ganze Runde AFK. Ehe ganz gut im Elektro alleine. Digga, ihr seid AFK, Bro. Also ihr spielt hier im Kohle, ihr seid AFK. Was soll ich denn da machen, wenn ihr nicht mal was sagen könnt? Den ersten Kill hat Mo nicht gemacht. Den zweiten Kill hat er machen können. Den ersten Kill hätte Mika machen können und Bucha, das ist es. Also es sind hier drei Leute meiner Meinung nach Sass. Ja, aber Bucha und ich sind diese Runde zusammen. Wir waren das nicht. Also ich bin völlig raus für die Runde. Eli, ich hab Mika. Und Mika oder Mo sucht ihr aus. Mo kann ja... Warum gehst du jetzt auf uns beide? Mo kann mich für die... Wir gehen! Nein, ich hab Mika, ich hab Mika. Ich hab Mika. Digga, ich geh auf Eli. Er geht nur auf Mischling einfach aggressiv. Digga, es macht gar keinen Sinn. Mo kann nicht... Also ihr seid AFK, Bro. Ihr seid AFK. Also wenn die Mates, wenn die Mates AFK sind, dann ist es auch einfach scheiße. Nein, Hunger ist scheiße, ne? Nein, Hunger ist scheiße, ne? Inwiefern, Bro, du meinen Rücken halten kannst. Wir haben... Warte ganz kurz. Aber wir waren oft zusammen, Bro. Wir waren oft zusammen. Und der eine war AFK, Bro. Lass mich kurz was sagen. Aber sie safen sich zusammen in dieser einen Round. Lass mich kurz was sagen. Okay. Wer ist es, Elders? Wer glaubst du ist es? Bruder, ich tendiere zwischen dir und Bucher. Wir sind beide raus! Bruder, für einen Kill! Für einen Kill! Ich war ein Doppelkill. Wir waren die ganze Runde zusammen. Lass mich kurz was sagen. Doch kein Doppelkill. Boah, kannst du das wissen? Ich hab auch einmal gecallt, dass einmal Doppelkill war und der war nicht. Digga, ich hab... Ich hab... Das kannst du doch nicht wissen. Ich hab Redeball. So, ich hab gedrückt. Ähm, es gibt zwei Optionen. Entweder haben die gerade gechomt. Ähm, oder Mika war richtig. Ich kann das nicht mal zu 100% sagen, ne? Aber es ist verwirrtet hier gerade. Darf ich? Ich glaube mittlerweile nicht, dass Bucher ist es, um ehrlich zu sein. Sondern Mika, erste Runde Selfie-Portler. Hä, Eli? Darf ich kurz was einwenden, Eli? Ja? Ich mach mal ganz kurz. Äh, Eli. Es bringt mich durcheinander, dass hier die ganze Zeit Leute AFK sind, Digga. Drei Leute, die waren AFK in den ersten Runden. Der Korn macht aber Sinn von dir. Wenn jetzt zwei wären, dann hätten die ja jetzt beispielsweise nur killen müssen. Dann wäre das Spiel cool. Ja, das ist schon gechockt worden. Oder wir haben gechockt worden. Okay. Aber wer macht denn Reactor an, Junge? Ich hab Mo. Elisatomia. 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 Ack mal. Digga, ich sag auch halt das. Verkackt. Also ich glaub, wenn's das jetzt nicht ist, dann... Okay, gut. Zwei Impostor haben ihn gewählt. Ich war nicht der einzige, Digga. Dann ist es jetzt... Willi oder Mo. Boah, Mo will dich kennen. Mika war richtig. Ja, fickt euch. Ich wöre, es ist so krank. Ähm... Bin ich dran oder bist du dran, wenn ich fragen darf? Ähhhh... Bin ich dran oder bist du dran? Wir sind gerade, und das macht er richtig clever, wir sind gerade zu viert hingelaufen. Ich bin hoch als erstes, ich als zweites. Du bist mit rein. Mo ist direkt hoch. Wieder runter? Warte, warte, warte. Müssen wir das genau sagen. Ich bin... Warte, lass dir reden. Ich gewähre auch mal nur 3, 4 Sekunden. Ja, ich bin im Gang zwischen Admin und Cafeteria. Äh, Eli. Ich und du waren Richtung oben. Ich hatte Angst, dass Willi den unten umbringt. Bin wieder runter gegangen. Oh. Er hat einfach reportet. Wie soll ich reporten? Er war doch schon da mit ihm. Die sind doch zusammen reingegangen. Also dann hat er reportet. Jetzt rede ich. Also, ich hab von euch beiden die Stories ungefähr gehört. Das kann jeder von euch sein. Willi, du warst in den ersten Runden AFK, deswegen fick ich dich. Du kannst diesen Kill gewesen sein, theoretisch. Oder du hast gelogen. Aber ich glaube, weil du wirklich Essen geholt hast. Ich weiß nicht, was das für eine Masche von dir ist. Eli, lass mich doch mal reden. Du hättest den zweiten Kill machen können, Mo. Du hättest den zweiten Kill... Ich und Bucher waren raus. Er hat mich rausgenommen komplett. Bucher und ich. Es war Doppelkill-Runde. Wir waren komplett zusammen die ganze Zeit am Kleben. Es kann nur Willi oder Ältos gewesen sein. Hab ich doch gehört. Dings war falsch. Mika war falsch. Es ist ein Willi und Ältos. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber warum kommst du zurück? Weil ich wusste, dass du ihn killst. Ich vertraue ja Eli. Aber warum kommst du da nicht von Anfang an mit hoch? Also mit runter, verstehst du? Ja, aber Bro, wenn du wirklich Crewmap bist und AFK bist, dann kann ich nichts dafür. Eli, Eli, mach das nicht, Eli. Eli, lass dich nicht von Willi verarschen. Mann, Digga, es ist so schwer. Ich bin doch... Er hat reportet. Das heißt das doch. Er hat doch schon reportet. Wie soll er reporten? Ja, halbe Runde nicht da und dann stehe ich jetzt da. Machst du Klapp? Willi, Willi, Elin. Äh, Eli, bitte. Nein, Eli! Digga! Eli! 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 Eli, ist das krass! Eli! Ich hab Mo Auba rausgegeben! Er ist so! Oh! Eli, jeder deiner Calls in dieser Runde war einfach falsch! Eli, Digga, du hast Klapp mit Willi vergessen! Du hast von fünf Leuten, hast du drei Namen genannt, alle drei falsch! Ich bin mir zu 100% sicher, dass von Bucha, Reapers und Mika mindestens einer davon Imposter ist und die Aussage müsst ihr jetzt später mitnehmen. Ich vertraue Bucha. Die einzigen beiden, die ich nicht vertraue, sind Eldos und Brigitte. Das ist völlig Quatsch, Colt. Von fünf hast du drei genannt, alle drei falsch! Ja, das war kacke, Eli, weil Bucha hat mich rausgenommen. Das ist krass. Erste Runde, ich dachte wirklich, dass er AFK wäre. Und dann dachte ich, dass in der ersten Runde, ich dachte Mika wäre richtig. Lass mich doch einmal Imposter sein. Ein einziges Mal. Das ist ein Scherentag. Aber die Scherentage gibt's halt auch mal. Die Scherentage gibt's halt auch mal. Ja, irgendwie, ich fühl mich grad so wie auf der 6. Drei Fehlpässe gespielt, ich will keinen Ball mehr haben. Ich will keinen Ball mehr haben. Ähm, dead body, dead body. Halle. In, äh, äh, four camps. Ganze Runde von Anfang an mit Ende Willi raus. Mach ich ungern. Also Security Team. Ja, ja, ja. Wer kann's noch rauskriegen, Jungs? Ich sag's, Biles hier. Nee, nee, keiner, weil, weil ich hab den Ben nämlich gesehen mit mir rein. Ich war der Typ, der Lights als erstes angemacht hat, ne? Doppelkills immer schwierig. Electrical, boah, stand da drin. Was soll ich nicht erzählen? So ist das halt. Boah, warum schießt du da so komisch rum? 15 Sekunden. Bei dem Poster geh mich schon wieder auf den Sack in der Runde. Digga, ich bin nach der zweiten Runde fertig mit meinen Task. Ja, das ist ein Poster. Hast du ihn los? Eldos ist gewandet, ich hab ihn gesehen. Echt, Eldos? Der ist einfach bei Mettler rein und raus. Keine Ahnung warum. Nein, ich war da gar nicht. Jungs, ich weiß. Du wolltest bestimmt diesen Kill machen, da hast du gesehen, dass Eli kommt oder so. Er verarscht, er verarscht. Nein, nein, ich hab ihn wirklich gesehen. Ehrlich, er verarscht. Bro, ich war nicht einmal im Mettler. Warum soll ich jetzt einfach... Ja, weiß ich ja, nur einer von euch beiden. Es ist keiner von uns. Ganz kurz. Kann ich gar nicht, ich hab's uns fragen. Ich hab's gar nicht, ich hab's uns fragen. Ich hab's doch besprochen. Ich hab's doch besprochen. Wir sind sofort fertig mit den Tars. Nein, ich hab's nicht im Weg mit den Arsch. Also wer jetzt im Poster ist, ist wirklich der schlechteste in ganzem. Wer ist der Zweifel. Wer keine Tars macht, cringe. So, wo passiert dir was? Wo kann man wenden? Hier unten, ne? Dann ist es Rebus, wenn hier jetzt ein Kill ist. So. Was will ein Rebus von mir? Warum läuft denn der mir so aggressiv hinterher? Okay. Ich glaube, ich glaube, ganz kurz, ich glaube, ganz, ganz, ganz komisch, weil Matze ist am Capituriapult. Also, entweder ist der jetzt irgendwo Weapons oder Upper Engine. Wer braucht noch seine Tars? Ich check das nicht. Also, ich bin fertig. Ich brauch noch eine Tars. Digga, wir hatten so lange Zeit, ne? Ja, wir müssen die ganze Zeit, ne? Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Also, vertraut mir, ey, das war richtig. Wir müssen das nicht rausnehmen. Wir müssen das rausnehmen. Du warst rechts, oder? Du warst rechts, oder? Wo bist du gekommen? Von oben? Ja, ich war die ganze Zeit rein. Ich bin eine riesige Runde gelaufen. Kamst du von oben, oder nicht? Ähm. Aber wenn du von rechts gekommen bist, dann musst du ja, um Light zu fixen, musst du ja in Storage irgendwie vorbei. Ich hab ne riesige Runde gelaufen. Ja, ich bin aus Deutsch vorbei. Mann, Weapons weg, mach ihn weg. Nein, nein! Oh, komm! Nee, ich hab schon geskippt, ey, 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 das war richtig. Mach ihn weg, dann mach ihn weg. Mach ihn weg, mach ihn weg. Mach Spice. Ich höre wieder aus. Gefährlich. Guck mal, Mo ist sehr gefährlich. Also, das wär krass, wenn der Elders so weg macht, und dann mich. Ey, ich verliere kein Geld. Eine Tast, dann ist das dubisch. Tja, ich hab geskippt. Die Lunchbox mit einem Sub im neunten. Seafrocks. Das. Hab Report gespammt, damit ich keinen Double Kill machen können, wie witzig. Äh, keine Aufgabe gekürt, die Kabel habe ich. Ich bin derjenige. Star Creeps oder Self Report, eins vom Bein, ganz krank. Das Leben einfach beide noch. Wir müssen ja. Keiner geht dafür so random kill, wenn alleine ist. Das heißt, beide leben noch. Wie gesagt, ich sage, einer mit einer Aufgabe. Ich sage, Mo gewählt. Wo hat Elders gewählt? Was ist das für cool? Okay, ganz kurz. Aber das ist eine einzige Chance. Ich hab gespammt. Aber auch in der Theorie könnte es, ich wäre unnormal dumm. Ja, sag mal dumm. Du kills und spams, dass du direkt sagen kannst, du hast. Das geht, glaube ich, nicht mal so schnell. Aber ja, doch, sag. Geht weiter. Warum geht das nicht so schnell? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Mechanicali so schnell geht, dass man sofort reporten kann nach einem Kill. Ich hab einfach gespammt, weil da fünf Leute auf einem Fleck waren. Digger weit Double Kill mäßig. Weißt du? Ich glaube, beide leben noch. Und ich glaube, Mo hat richtig, also wenn Mo das gemacht hat, Gigafive hat. Naja, ich bin der Beste der Welt. Fickt euch, ihr wolltet mich rausballern. Jello, du auch. Deswegen macht, was ihr wollt. Aber an meiner, an meinen Händen klebt es nicht. Wir können immer noch skippen, weil wir haben die Aufgaben auch. Das Leben 2. Du bist der Einzige, ich sage. Ich sage es nicht, wenn wir skippen, verlieren wir. Oder ihr macht fast schnell. Also sehr verzweifelt, muss ich sagen. Es kann ja sogar sein, dass ein anderer gekickt hat und Reapers hat reportet. Weil man muss ja schnell kicken jetzt. Lass mal zur Sicherheit. Ich hab eine Aufgabe. Ich hab eine Aufgabe. Mach mal zur Sicherheit, Mo. Mach mal zur Sicherheit, Mo. Da sind wir auf der Sicherungseite. Ich hab eine Aufgabe vor Securities. Ja, Jungs. Ja, wenn es zwei sind. Nee, nee, nee. Reapers, ich check, was du meinst. Aber das war dann einfach. Wer hat geskippt? Wer hat geskippt? Wer hat geskippt? Wer hat geskippt? Ich hab geskippt. Ich hab Reapers gewählt. Weil ich mir sicher bin, dass Elders geskippt hat. Macht doch einfach eure Tasks. Ich schwöre, ich habe seit drei Runden meine Tasks fertig, ne? Ja, Digga. Digga, wie kann man jetzt mal Realtalk, wie kann man so lange brauchen? Ja. Ey, Jungs, bitte. Das kann nicht rein. Das kann nicht rein. Wo? Ich hab uns gefehlt. Nee, ich hab gesagt. Nein, 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 nein. Ich will kurz erklären. Ich habe Elders auch basiert, weil ich nicht killen konnte. Wir hatten einen Bug. Warum skippen wir? Warum skippen wir? Ich hab doch gesagt, lass zur Sicherheit Mo wählen. Einfach zur Sicherheit. Du warst Mute. 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 Ich dachte, du... Ganz kurz. Ich und Mo, sie hatten einen Bug. Aber jetzt mal was anderes. Wer macht denn... Wer macht seine Tasks nicht? Bei allem. Das kommt nicht in den Kopf rein. Ich höre, das kommt nicht in den Kopf rein. Wer macht... Das stimmt aber auch. Das hat nicht wahr, diesen Bug. Ja, Bro, aber ich bin auch neunmal fucking Crewmate. Neunmal, Bro. Und dann bin ich... Warum? Warum? Ich hab auf diesen Mute-Knopf gedrückt. Warum bin ich bitte fucking Mute, wenn ich in Mutes gedrückt habe? Ich hab sogar gesagt, lass zur Sicherheit Mo. Ach, Digga. Wirklich, also heute ist der urwürdigste Urwirt Among Us Squad Tag von mir, der es gab. Aber es ist... Da kommt auch alles zusammen. Bro, dreimal verloren. Heute ist echt der Wurm drin. Mo hat gewonnen, ne? Ich schwöre, Willi war viermal Imposter oder so. Ich bin nicht ein verficktes... Ich muss sie wirklich mal auf das raus. Vor, ähm... Elektriker. Ja, jetzt fuck mich ab, Digga. Zehnmal, Digga. Ich will euch besitzen. Macht euch Spaß. Wo, wo, Reapers? Vor Elektriker. Ich kann schon was dafür. Nein, nimm's bitte kurz. Reapers vor Elektriker. Ja, also ein Meter drin halt. Ein Meter drin. Reapers, meinst du, da ist noch die Dings, dass man wendet? Zehnmal, nicht ein verficktes Mal. Nicht ein verficktes Mal bin ich Imposter. Ich schwöre, das ist geisteskrank. Seit 50 Runden, in den letzten 50 Runden war ich zweimal Imposter. Zweimal. Also Bucher kam aus Mad Bay raus. Ja, ich bin grad reingegangen. Ich bin grad reingegangen, der war rechts am Eingang. Reportetür zu. Digga, ich bin so sauer, ne? Yo, ich bin hier drinnen. Ich verstehe. Ich schwöre, zehnmal... Reapers, du musst auf den Kill gehen. Diese Schwänze, jedes Mal die Gleichen werden Imposter. Ich hab zweimal gepostet. Aber ähnlich, das war das auch wirklich. Reapers, 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 die Türen sind zu. Ich stehe gerade vor Elektriker. Das war wirklich krass. Die Türen sind zu. Der Killer muss doch mit dir drin sein. Was willst du von mir haben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch 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 nicht. Ist das für ein Mütig? Ich bin gerade legit reingegangen. Der Kill ist rechts von Elektriker. Eingang. Und das war es. Ja, ihr sagt Bucher. Weil er häufig gekommen ist. Können wir mal darüber reden, was irgendwie diese Runde dazu war getragen. Ich hab das ganze Mütig nicht verstanden. Nee, nee, nee. Der Kill ist hier gerne noch mal. Naja, ich bin so sauer, ne? Ich schwöre, das kann... Stellst du da irgendwas ein? Koray, du Wichser? Ich schwöre 50 Runden lang. Ich bin zweimal Poster gewesen. Verfickte 50 Runden lang. Ach, scheiße. Bei zwei Runden. Digga, die eine Runde, die war richtig scheiße. Die zweite Runde, da war ich Mute. Wo ich sagen wollte, lass auf Dings da gehen. Und in der dritten Runde war auch die Schere oben. Oh. Da habe ich doch gerade was gesehen. Schwarzer Skin. Aber er ist glaube ich von oben gekommen. Die haben den Kodi. Security. Der wird im Vent sein. Wahrscheinlich Mad Bay oder Elektrokerin. Also die Leiche ist schon ein bisschen länger. Weil ich war ab, da ist keiner im Vent. Ich bin grad in Elektrokerin gekommen. Da ist keiner. Der ist schon raus gegangen in Richtung... Also der ist schon in Cafeteria oder Storage irgendwo. Eldos, du warst mit mir rechts, hast du gerade gesagt. Ja, und Lights waren außen. Wir waren so ineinander. Ich weiß nicht, wo Mika ihn gerannt ist. Ich weiß nicht, wo du ihn gerannt hast. Ähm, Mo, war Reapers die ganze Zeit bei uns? Deshalb sag ich da. Ich glaube eben, wie das Reapers ist. So, ich mache Scheiß auf Tars, Digga. Und vor allen Dingen auch Vivi die Runde verliert. Bro, ich war nach der zweiten Runde fertig mit Tars. Nach der zweiten Runde. Und da haben Leute 100 Jahre gebraucht. Wenn einfach jeder seine Tars gemacht hätte, dann wäre sich mal irgendwas passiert. So, Scheiß jetzt auf Tars. Fickt euch ins Knie. Hier wird eine Leiche drin sein. Kann ich Eldos und Mo rausnehmen. Pfff. Ist nichts passiert. Reapers. Ja, jetzt können wieder alles. Jetzt wurden die Karten neu gemischt. Scherix. Boah, meine Hand pochert voll chat. Hier ist schon wieder ja auch nicht. Ja, da kann man nichts sehen. Boah, was hättest du mit ihm? Bruder, wir kommen nicht voran. Er liegt genau vor Electrical, vor Lights. Ich habe aber smart gemacht. Ich habe erst die Lights angemacht, schnell und danach schnell reportet, damit die jetzt gleich an sind. Es ist Rirex. Wer ist an den Security Camps? Ich. Es sind fünf Leute oder so von links nach rechts gerannt. Warte, ich kann einen rausnehmen. Cello, bist du rechts? Ja. Ja, Cello ist nicht. Cello ist die ganze Zeit rechts. Das habe ich auf Edmontable gesehen. Dann waren zwei Electrical, habe ich gesehen. Und zwei waren Security bei mir. Das ist sehr, sehr frisch. Der ist jetzt im Wendor. Der ist jetzt im Wendor. Der ist im Wendor. Ich bin doch ein Bucher, Bruder. Mops. Bucher, ist er bei dir? Bucher, ist Eldos bei dir? Ich war doch kein Bucher. Er war gerade bei mir, aber ich war in der Edmontable. Die letzten 10 Sekunden. Was heißt es gerade? Wann? Das ging gar nicht. Lass mich mal zuhören. Lass mich mal reden. Die letzten 10-15 Sekunden war ich im Table drin. Aber vom zeitlichen passt es nicht, oder? Es muss Eldos sein. Nein, Eldos. Ich bin rechts. Reapers. Reapers. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung wie ich bin oben rechts. Weapons. Warte. Cello, wo bist du? Warte, wo ist Reapers? Oben rechts. Cello ist der einzige rechts auf Edmontable. Ich war gerade in Weapons. Wenn du das nicht gesehen hast, dann Pech. Dann müsst ihr nachdenken. Einer war rechts. Edi, du warst am Ende gerade rechts unten, ne? Rechts unten, oder? Das habe ich gesehen. Zwei Security, zwei Electrical. Und ja, das war es, was ich gesehen habe. Also Koray und die Leiche ist da. Wie läuft das mit dem... Wie läuft das mit dem... Da muss es Reapers sein, mein Buch. Da muss es Reapers sein. Dann hat Reapers auch diesen ersten Killer. Da muss es Selfspot gewesen sein. Mein Bucher sagt das nur... Ich habe nur das gesagt, was auf meiner Map war. Ich kann nichts anderes sagen. Map Calls verwirrtet. Das war als Bucher Call. Reapers, Bucher, werden da nichts gesagt. Eldos war so ein bisschen unparteiig, ne? Aber war richtig sogar Reapers. Das hätten die Dings da gemacht. So, jetzt werde ich meinen Namen reinwaschen, Chat. Die einzige Möglichkeit, meinen Namen heute reinzuwaschen. Hä? Weiß es nicht, Bruder. Die hätten doch schon längst Kill gemacht. Ich hätte auch drücken können, aber es haben keinen Kill. Aber die hätten doch schon längst Kill gemacht. Ich will meinen Namen reinwaschen. Oh Gott. Cello, du hast drei Runden heute. Du wäschst nicht, Bruder. Du wäschst nicht, Bruder. Du wäschst nicht, Bruder. Du wäschst nicht, Bruder. Eli, du wäschst nicht, Bruder. Eli, Botte, lass mich kurz. Ich wähle den jetzt schon, was ich denke, was du sagst. Guck mal, ich wähl jetzt schon. Bura ist es hundertprozentig nicht. Er ist auf Reapers gegangen. Ich bin es hundertprozentig nicht. Ich bin auch auf Reapers gegangen, erste Runde. Koray ist auf Reapers gegangen. Das heißt, es ist hier ein Fifty-Fifty-Ding zwischen Eldos und Mo. Aber ich glaube, Mo hat Reapers angeschissen. Also geh ich auf Eldos. Eli, wenn das nicht... Koray ist eh schon vorbei. Bro, ey, ihr seid zu krass, Digga. Ihr seid zu krass. Jaaaa. Ihr seid zu gut. Ey, ihr seid zu gut, Mann. Eldos, ja, ich hab heute schon zweimal gewonnen, Eldos. Ich auch, Bro, zweimal. GGs. Reapers, Heavy-Bot, ne? Außersehen, so witzigerweise. Ja, aber deswegen... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Bisschen Seife. Es geht bergauf. Ja, ich bin aber auch... Ich bin auch übermüdet, Chad. Ich bin auch übermüdet. Heute kommt alles zusammen mit Mo. Alles.